Herzlich Willkommen Sportwettenfreunde zu Sportwetten Lifestyle und in diesem Video möchte ich dir die Plattform BetIBC bzw. VIP IBC einmal genauer vorstellen und zwar handelt es sich bei BetIBC um eine Wettagentur die vor allem für Highroller und Sportwettenprofis vorgesehen ist du wirst dich jetzt sicherlich fragen was versteht man unter einer Wettagentur und zwar ist es so dass BetIBC die verschiedenen Buchmacher zusammenbringt das bedeutet es ist eine Plattform die asiatische Buchmacher und vor allem was ganz wichtig ist Buchmacher die du ohne BetIBC in Deutschland gar nicht nutzen kannst weil die in Deutschland eben keine Lizenz haben das ist der riesen Vorteil bei BetIBC das bedeutet wir haben die besten Buchmacher weltweit vereint und können so automatisch mit einem Klick die bestmögliche Quote für unsere Wette bekommen wie das funktioniert zeige ich dir gleich zu BetIBC gehört auch die Plattform VIP IBC wir switchen jetzt einfach mal rüber auf den Monitor und dort zeige ich dir dann mal mehr ja wir befinden uns hier auf der BetIBC Seite wir haben hier jetzt den Menüpunkt zum Account öffnen und hier siehst du auch schon welche Buchmacher bei BetIBC zur Verfügung stehen das ist MaxBet, SPO, BetPinnacle, Matchbook, BetISN und noch Turf7 kenne ich jetzt speziell nicht BetIBC bietet auch den VIP Service an der VIP Service vereint alle Buchmacher zusammen das bedeutet du gibst deine Wette ab und die Wette wird automatisch bei der aktuell besten Quote abgegeben das ist einfach genial und deshalb empfehle ich auch jedem VIP IBC zu nutzen den VIP Service von BetIBC weil es bringt dir eigentlich recht wenig wenn du dich zum Beispiel nur bei Pinnacle anmeldest aber während deiner Wettabgabe ist die beste bessere Quote dann zum Beispiel bei SPO Bet dann hättest du dort auch ein Account haben müssen und so hast du bei VIP IBC alle Accounts vereint und automatisch die bestmögliche Quote BetIBC gibt es seit 2007 es ist eine professionelle Plattform für Sportwettenprofis und eben Leute die keine Limitierungen bei den einsetzen möchten und eben auch Buchmacher haben möchten die in Deutschland keine Lizenz haben ja bevor ich weiter um den heißen Brei herum rede wechseln wir jetzt mal auf VIP IBC und wie gesagt das ist die Plattform von BetIBC die eben alle Buchmacher vereint ich logge mich jetzt hier mal in mein Account ein und dann siehst du auch mal wie das ganze aussieht das ist die Software jetzt die du siehst und die ist so aufgebaut dass wir auf der linken Seite auswählen können welche Sportart wir wetten möchten hier haben wir jetzt Fußball dann siehst du hier in Running das sind dann die Events die gerade laufen dort kannst du auch live wetten abgeben und dann eben drunter die heutigen Spiele ja und zum Wette um eine Wette zu platzieren müsste ich dann einfach den jeweiligen Tipp die Wettart auswählen du siehst hier oben die verschiedenen Wettarten 1 x2 das Asian Handicap was sehr wichtig ist über und unter wetten und wenn du dann auf den Plus Reiter klickst jetzt kommen noch die Halbzeit wetten es gibt jetzt bei VIP IBC zum Beispiel die Wettart beide Mannschaften schießen ein Tor nicht aber ich kann dir sagen dass es überhaupt nichts ausmacht und du auf diese Wettart auch verzichten kannst um eine Wette zu platzieren klicke ich einfach auf die bestimmte Wettart und dann kann ich hier in diesem Fenster den Einsatz eingeben 20 Euro und Add dort klickst du einfach gibst einfach eine 1 ein und dann platziert VIP IBC automatisch die Wette bei der aktuell höchstmöglichen Quote für dich du siehst hier drunter die Quoten die aktuellen die sind immer Sekunden aktuell und daneben die Buchmacher das sind die Abkürzungen von den Buchmachern aber das alles hier spielt keine große Rolle weil du mit einem Klick deine Wette abgibst und die automatisch bei der bestmöglichen Quote platziert wird wenn du die Wette jetzt abgeben wollen würdest müsstest du einfach nur auf Place klicken und deine Wette wird dann abgegeben wir sehen hier die die Bettbar hier unten dort siehst du die aktuellen Wetten die du platziert hast ich habe gerade drei Wetten am Laufen ja das ist so die Plattform an sich es ist sehr einfach zu handeln wenn du dich mal eingearbeitet hast du kannst dann hier in deinem Account noch verschiedene Einstellungen vornehmen du kannst deine offenen Wetten anschauen deine bisher abgegebenen Wetten ja das war so der ganz grobe Überblick bei VIP IBC ein paar Infos noch zu den Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten das zeige ich euch direkt hier wir haben die Möglichkeiten mit Neteller Skrill mit einer Banküberweisung oder eben mit Eco Pace zu überweisen ein Auszahlungen kannst du auch ganz einfach beantragen das wird relativ schnell erledigt innerhalb von 24 Stunden habe ich meist meine Auszahlung auf dem Konto beziehungsweise in meinem Eco Pace Account ja das waren so die Infos zu Bad IBC beziehungsweise der VIP Plattform VIP IBC was ich auch nur empfehlen kann es bringt nichts beim einzelnen Buchmacher sich anzumelden beziehungsweise diesen auszuwählen sondern direkt die VIP Plattform zu nutzen da du wie gesagt alle Buchmacher in einem hast und die beste Wettquote erhältst ich hoffe ich habe soweit alles erwähnt wenn du Fragen zu Bad IBC hast schreib die einfach hier unter dem Video in die Kommentare ich werde sie natürlich beantworten wenn du Fragen hast zur Anmeldung zu dem Ablauf zur Einzahlung kannst du gerne eine E-Mail an info sportwetten-lifestyle.de schicken ich unterstütze dich dabei gerne und ansonsten würde ich mich natürlich freuen wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst den Kanal abonnierst wenn du es noch nicht getan hast und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder weiterhin viel Erfolg mit deinen Sportwetten bis dann ciao